Dieses Monat kommt ein Informationsvideo über Meerschweinchen. Der erste Teil besteht aus Allgemeininformationen. Im zweiten Teil wird die richtige Ernährung besprochen, doch der kommt ein anderes Monat. Es ist noch nicht ganz sicher, von welcher Art unsere heutigen Hausmeerschweinchen abstammen. Man nahm lange Zeit an, dass es das Wildmeerschweinchen ist, jedoch neueste Forschungen haben ergeben, dass es vielleicht doch das Tschudi-Meerschweinchen sein könnte. Meerschweinchen besitzen 20 wurzeloffene Zähne. Das bedeutet, dass sie ein ganzes Leben lang nachwachsen. Sowohl die Fischneide- als auch die 16 Backenzähne. Sie werden mit 4 bis 5 Wochen geschlechtsreif. Die Tragzeit ist relativ lang, da die kleinen Nager ihre Jungtiere vollentwickelt zur Welt bringen, also Nestflüchter. Das Muttertier bringt dann 1 bis 6 Jungtiere zur Welt. Wenn man mit Meerschweinchen züchten will, sollte das Weibchen mindestens 3 bis 4 Monate alt sein, jedoch nicht älter als ein Jahr, da sich dann das Becken des Weibchens verknöchert und die Jungtiere bei der Geburt stecken bleiben, was für beide tödlich enden kann. Bitte ein Meerschweinchen nie alleine halten. Sie sind sehr gesellige Tiere, die sich gern miteinander unterhalten und sich gegenseitig nachlaufen. Die intelligenten Nager verkümmern regelrecht allein. Ihre Körpertemperatur sollte nicht unter 37,4 Grad Celsius und auch nicht über 39,5 Grad Celsius liegen. Das Herd schlägt 230 bis 380 Mal in der Minute. Durchschnittlich werden Meerschweinchen 6 bis 8 Jahre alt. Das waren ein paar Informationen über Meerschweinchen. Nächsten Monat geht es um Zwerghamster. Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017